Hallo Friends da draußen, it is time again für euren zweiwöchentlichen Deep Dive in die Welt der Club- und Subkultur und heute fangen wir an mit was Traurigem und zwar einem Abschied, einem Abschied von Investigativ-Reportagen über halluzinogene Fische, die wir so wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Oder mit den brennenden Fragen wie, ich habe mit 20 Typen in einem Jahr geschlafen, stimmt etwas nicht mit mir? Mit diesen traurigen Neuigkeiten werden wir in die Folge starten, Jessie. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, weil die Information, dass Device jetzt bis zum Ende März mutmaßlich aufgrund unternehmerischer Gründe eingestellt wird, das arbeitet noch in mir. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sich das gut integriert hat. Aber ich muss jetzt auch sagen, also der Chefredakteur, Tim Geier heißt der Mann, der hat ja gesagt, es wird jetzt keine deutschsprachigen Inhalte mehr geben und in seinem Statement sagt er auch, kein anderes Medium hat so konsequent gezeigt, wie gut der Journalismus für junge Menschen geht. Wir hätten gern für euch weitergemacht, sorry Leute. Das dürfen wir dieses Statement korrigieren und sagen, keiner hat so schnell so gut gezeigt, was Clickbaiting bedeutet und für Auswirkungen haben kann. Also die Weiß hat es ja wirklich. Also groß gemacht, würde ich sagen. Clickbait? Ja, ein bisschen. Also ich finde heftig hat es nochmal eine Nummer heftiger gemacht, aber ja, ich muss eben auch sagen, also als alles erstes deine Anmoderation war auch so ein bisschen ironisch. Ich finde es nämlich schon krass, aber ich muss zugeben, die Inhalte der Deutschen weiß, die habe ich jetzt auch nicht immer gefeiert. Also manchmal habe ich sie auch gehatet. Wo hattest du Reportagen von wegen, ich und meine Mutter gehen auf die Venusmesse? Fragen, die mich im Alltag regelmäßig beschäftigen. Ja, ich verstehe schon. Ich habe sie auch manchmal die Bild-Zeitung der Hipster genannt. Es war super plakativ hier und da. Ich fand, das ist so, das sind so Sätze, die sagen Berliner Subkulturelle, wie ich. Ich gehe lieber sonntags ins Berghain feiern und die Inhalte. Hast du dich in der Berliner Subkulturelle bezeichnet? Ja, aber das sind so typische Berliner Sätze, weißt du? Die Inhalte der amerikanischen Weiß finde ich besser. Das habe ich nicht gesagt. Und sonntags feiere ich gerne Berghain. Der Satz mit den Halluzinogen-Pilzen, der ist von der amerikanischen Weiß, die Doku davon. Okay, okay. Also jetzt, haters gonna hate. Ich muss trotzdem sagen, mir wird die Weiß fehlen. Ja, und ich denke auch, dass sie wirklich eine Lücke in der Medienlandschaft hinterlassen wird. In der Unterhaltungslandschaft. Ganz ehrlich. Nee, ich denke auch wirklich in der Medienlandschaft, denn ich finde, sie hat schon auch mutige Berichterstattung geleistet. Also zum Beispiel gerade mit meinem Nachtschatten-Podcast wäre sie mein Medienpartner der Wahl gewesen, weil ich weiß, dass ich damit, die hätten sich einfach mehr getraut als jedes andere Medium. Gerade im Bereich, wenn es akzeptierender Ansatz ist. Das muss man sagen, findet man so erstmal nicht wieder. Meinst du, dass Strick F und so diese Lücke vielleicht schließen können? Bitte? Dass Strick F und Funk diese Lücke vielleicht schließen können? Ich weiß es nicht, weil die sind ja auch öffentlich-rechtlicher. Ich glaube nicht, dass sie die Lücke schließen können. Und bei diesem Schließungsprozess war ja auch die Gewerkschaft der deutschen Journalistinnen und Journalistinnen beteiligt. Und hier hat ja auch der Geschäftsführer gesagt, Jörg Reichel heißt eben dieser Mann, oder wird von der dpa zitiert. Wir bedauern diese unternehmerische Entscheidung, Weiß Deutschland einzustellen. Der Journalismus verliert eine wichtige Stimme und ein wichtiges Format. Und da würde ich schon mitgehen. Und warum interessiert uns das hier in unserem Podcast über Club und Subkultur? Weil die Weiß auch echt immer recht viel darüber gemacht hat. Also gerade so Drogen ist natürlich immer ein Top-Clickbait-Thema. Genau. Ja, natürlich. Say it as it is. Aber die haben viel darüber gemacht. Voll. Und man muss eben fair bleiben als Medienschaffender. Dann musst du eben schauen, wie produziere ich denn Anhalte, die auch konsumiert werden. Es ist der schmale Grad zwischen Infotainment. Den kann man vielleicht nicht immer, keine Ahnung. Es ist wirklich so, das Einzige sind jetzt 50 Menschen, ArbeitnehmerInnen von dieser Schließung betroffen. Und so ein bisschen die Hoffnung, die ich vielleicht auch habe, ist, dass diese talentierten Menschen ähnliche visionäre Medienprojekte am Ende umsetzen. Weil ich glaube, sie haben das Netzwerk und sie haben auch die Expertise. Und manchmal ist es ja so, dass dann daraus, wenn eine Türe sich schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir hasseln hier jetzt erstmal weiter. Willst du gerade die weiße RedakteurInnen abwerben, damit sie bei uns machen? Hier im Praktikum machen. Unbezahlt. Man macht das in Berlin so. So ist das in der Medienwelt. Slided in meine DMs. I'm ready. Kommen wir zu einem bisschen anderen Thema. Beziehungsweise bei schlecht bezahlten Jobs sind wir eigentlich gar nicht so weit weg. Und zwar ist den meisten wahrscheinlich schon aufgefallen, dass die meisten Sachen nicht mehr so viel kosten wie 2019. Nicht mehr so viel kosten? Nee, nämlich viel mehr. Achso, wow. Nicht mehr dasselbe kosten, Jessica. Okay, dankeschön. Die Information fehlte mir noch. Falls es euch da draußen noch nicht aufgefallen sein sollte, viele Sachen sind teurer geworden. Und dazu gehören auch DJ-Gagen. Was früher noch so ganz easy verbucht werden konnte, so 100 Euro für einen Gig. Easy hast du gleich fünf DJs für bekommen quasi. Ist mittlerweile nicht mehr so. DJ-Gagen sind auf jeden Fall ganz schön durch die Decke gegangen seit Corona. Was sich aber nicht in demselben Level mitentwickelt hat, das sind die, kann man bei Produzierern auch Gagen sagen? Die Gagen von produzierenden Personen. Ja, es sind auch, glaube ich, also manchmal produziert ja auch ein Künstler, eine Künstlerin ein Track und dann die Entlohnung wahrscheinlich, das Honorar. Die Tantiemen, sind es die Tantiemen? Wenn ein Track gespielt wird, ja. Genau. Auf jeden Fall entwickeln sich diese Dinge nicht in demselben Level wie die DJ-Gagen. Und da ist der DJ DVS-One auf die Idee gekommen, eine Plattform zu errichten, die sich mit der Fernverteilung von DJ-Gagen und Produzierenden beschäftigt. Die heißt A Slice. Man hört eigentlich schon im Namen, worum es geht. Ein Stück vom Kuchen will man abhaben. Danke, Frau Schmidt. Und das Prinzip ist, genauso wie der Name, recht simpel. Und zwar, da laden DJs ihre Sets hoch und dann wird automatisch erkannt, welche Tracks dort gespielt wurden. Und dann kann der DJ entscheiden, wie viel Prozentsatz seiner Gage er quasi mit den Produzierenden teilen möchte. Also sagen wir, normal oder empfohlen sind wohl fünf Prozent. Das heißt, ich sage dann, okay, fünf Prozent meiner Gage soll aufgeteilt werden unter den erkannten Produzierenden und dann wird halt entsprechend dieser Teil mit an die abgegeben. Das klingt super kompliziert. Ich denke mal, wir sind jetzt beide nicht vom Fach. Denkst du, das ist praktikabel? Du kennst dich so ein bisschen mit der GEMA. Also ich finde, das Grundprinzip ist ja eigentlich recht simpel, aber wie gut das jetzt für Produzierende funktioniert. Da haben wir uns gedacht, fragen wir vielleicht einfach mal einen Produzierenden, wo denn da die aktuellen Höhen liegen und wie das vielleicht funktionieren kann. Und zwar haben wir Sinan gefragt, der ist nicht nur Produzent, sondern auch Mitbegründer von der Beat Unit. Hi, erstmal vielen lieben Dank für diese Podcast-Anfrage. Ich gehe so auf mein Instagram-Profil, checke meine Nachrichten und da ist die Nachricht von meiner Lieblings-Jessie aus Berlin. Und sie fragt, Sinan, sag mal, hast du Bock auf einem Podcast über Musikproduzenten, faire Vergütung, Streaming-Plattformen? Und ich so, say no more. Auf jeden Fall, lass uns das machen. Das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und ich werde jede Frage, die ihr mir stellt, mit bestem Gewissen beantworten. Sinan, kann es vielleicht auch sein, dass du die süßeste Süßmaus von allen Süßmäusen bist? Ihr da draußen, ihr seht natürlich jetzt nicht, dass ich auch ein bisschen rot anlaufe. Sinan, bester Mann. Wollen wir vielleicht mit dem Interview anfangen, bevor ich mich jetzt hier noch ein bisschen schäme? Also bitte seht es mir nach. Ich werde in diesem Podcast nicht Musikproducer sagen. Ich werde Musikproduzent sagen. Ich weiß, es ist eine elendige Diskussion, ob man jetzt sagt Musikproduzent, Schrägstrich innen. Auf jeden Fall, ich weiß, es gibt viele Musikproduzentinnen oder man würde jetzt auch Musikproducer sagen. Aber ich bin es einfach gewohnt, Musikproduzent zu sagen. Deswegen bitte seht es mir nach. Da werden wir jetzt mal beide Augen zudrücken. Und ich hoffe, unsere Zuhörenden können das auch. Aber ich denke, du sprichst ja auch für dich. Du bist eine männlich gesprochene Person und du sprichst ja auch über deine Expertise. Ich würde sagen, wir legen los. Wie bewertest du denn aktuell die Transparenz oder vielleicht auch die Fairness natürlich von produzierenden Personen? Also zum Thema Transparenz und Fairness muss ich eins zum Anfang sagen. Warum haben wir immer so viele Erwartungen an andere? Wir erwarten ganze Zeit, dass wir fair vergütet werden. Wir erwarten eine Transparenz. Und wir erwarten und wir haben eine Erwartungshaltung. Und es gibt so viele Produzenten da draußen, die rumjammern. Ja, wir verdienen zu wenig Geld für unsere Streams. Wir werden ausgenutzt. Unsere Musik wird nicht gewertschätzt. Und ich sage ganz ehrlich, das bringt uns nicht weiter. Und ich bin auch nicht hier, um zu jammern, sondern ich möchte diesen Podcast nutzen, damit wir wirklich mal etwas verändern in dieser Szene. Und das beginnt tatsächlich bei uns selbst. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel nennen. Wir arbeiten mit einem Artist zusammen. Mit diesem Artist haben wir jetzt zehn Songs gemacht. Und auf Handschlag haben wir gesagt, ja, okay, wir machen das so und so und so. Ja, nachher wird der Song mega krass erfolgreich. Und wir stehen ohne Vertrag da. Der Artist weiß nicht Bescheid. Du weißt nicht Bescheid. Es gibt tausend Missverständnisse. Und auf einmal arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil wir sagen, der respektiert mich nicht. Der schätzt meine Kunst nicht. Und mein Ansporn an diesem Podcast ist es jetzt zu sagen, fangt erstmal mit Integrität an. Also, wenn du zehn Songs mit einem Künstler machst, dann mach doch einen Vertrag. Zehn Songs, hier sind die Masterrechte, das sind die GEMA-Rechte, hier sind die Nutzungsrechte. So und so und so wird das aufgeteilt. Und jetzt unterschreib doch mal links und rechts beide. So, dann haben wir schon mal wirklich ein großes Problem in dieser Szene gelöst. Weil wie wollen wir an die großen Geldhähne drankommen als Musikschaffende, wenn wir über den ersten Stein stolpern, der auf dem Weg liegt. Und da sage ich nur, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Solange wir keine Einheit haben unter uns Künstlern und Artists und Musikproduzenten, dann brauchen wir doch überhaupt nicht erwarten, dass uns die Verwertungsgesellschaften irgendwie jetzt fair vergüten. Weil ich meine, wenn wir keine Einheit sind, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Und das ist mein Punkt. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir es schaffen, einfach besser zusammenzuarbeiten. Weil dann können wir vereint an die großen Töpfe rantreten. Welchen Einfluss haben denn digitale Plattformen und Streaming-Dienste auf die Einkünfte und auch die Wertschätzung von der Arbeit von Produzierenden? Und gibt es Modelle oder Ansätze, die zu einer fairen Vergütung führen könnten? Also digitale Plattformen und Streaming-Plattformen haben unser Denken in der Musikszene einfach komplett verändert. Ich als Produzent, ich sehe eine sehr große Chance darin, weil es war noch nie so einfach, mit so einem großen Publikum zu interagieren wie heute. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Erstmal dafür vielen lieben Dank an die Streaming-Plattformen, dass ihr uns die Möglichkeit gebt. Natürlich, jetzt liegt es an uns, das Beste daraus zu machen. Und was ich jetzt auch mal anmerken muss, ist, es ist richtig stark, wie die intern ausgebaut werden, die Streaming-Plattformen. Inzwischen kannst du einfach sehen, in welcher Stadt dein Track gespielt wird, um welche Uhrzeit, wann diese Leute sogar von deinem Track abspringen. Und mit Datenanalyse-Tools kannst du einfach viel krasser mit deinem Musikpublikum interagieren oder das halt auch aufbauen. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Jetzt zum Thema der Vergütung und der Transparenz. Meiner Meinung nach sollte die Streaming-Plattform wirklich mal transparent darstellen, wie die Tracks denn jetzt vergütet werden pro Stream. Weil, fragst du den einen, sagt er dir, ey, für eine Million Streams kriegst du 3.500 Euro. Dann sagt der andere, ey, nein, du kriegst 4.000 Euro für Premium-Streams. Und der andere sagt, nee, du kriegst 3.700 Euro und das ist dann irgendwie dann doch in jedem Land anders. Und im Endeffekt weiß es keiner wirklich, sondern man wartet einfach nur auf die Vergütung von Spotify in den Vertriebsplattformen. Und genau, wir sollten halt auch alternative Plattformen suchen und Geschäftsmodelle fördern, die bereits faire Vergütungen bieten und uns mehr Kontrolle über unsere Arbeit und Einnahmen geben. Was wären denn deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte oder Veränderungen, die eingeführt werden sollten oder könnten, um eine gerechtere Vergütung und Anerkennung für Musikschaffende zu erreichen? Als Musikproduzent erlebe ich ja den Wandel in der Musikbranche wirklich tagtäglich. Und ich muss hier eine Sache anmerken und ich bin mir auch sicher, dass ich da mit einigen Leuten auf die Füße trete. Weil es herrscht auch die Meinung, ja, jetzt ist der Markt überflutet mit Musik und jeder kann Musik veröffentlichen und dadurch wird die Musik weniger wert und die Leute, die wirklich gute Musik machen, werden nicht mehr gehört. Weil Leute jetzt auch in kleinen Tonstudios jetzt auch Musik veröffentlichen können, die jetzt natürlich nicht high-end gemixt und gemastert ist. Aber verstehe ich nicht, weil als Musikproduzent ist es doch unser eigener Wunsch, unsere Emotionen, unsere Gefühle und das, was wir in uns tragen, so in die Welt zu manifestieren, dass die Menschen das hören, um etwas zu bewegen. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass es so viel Musik gibt und dass Leute sich ausdrücken können. Und es ist ja auch unser eigener Wunsch als Musikproduzent, dass wir etwas bewegen. Also meiner Meinung nach, wenn ein Produzent anderen Menschen, die vielleicht nicht die Skills haben und nicht so weit sind wie er, es nicht gönnen, Musik zu veröffentlichen, der wird selber auch nicht erfolgreich mit der Musik. Und kommen wir zu weiteren positiven Punkten. Ich meine, wann wurden Musikproduzenten mehr anerkannt und mehr geschätzt, vor allem im Bereich Hip-Hop oder EDM wie heutzutage. Wir werden geschätzt von Fans, von den Labels, wir machen den Sound, wir machen die Atmosphäre. Und die Möglichkeit, die Produzenten heutzutage haben, sind enorm. Und ich finde, das Bild des Produzenten hat sich in den letzten Jahren stark zum Positiven verändert. Und ich erwarte auch, dass es in Zukunft so weitergeht. Was wäre deiner Meinung nach eine ideale Zukunft für die Musikproduktion? Was sind denn jetzt Lösungsansätze und was ist denn die Zukunftsvision? Und ich möchte diese Frage in einem Satz beantworten. Es ist die Bildung. Jeder kennt den Spruch, schlafende Hunde weckt man nicht. Und dieser Spruch ist einfach eins zu eins auf die Musikbranche zugeschnitten. Ich meine, wenn du nicht weißt, was Masterrechte sind, wenn du nicht weißt, wie GEMA funktioniert oder was Urheberrechte sind oder was sind Nutzungsrechte, wie willst du in dieser Branche überleben? Wenn man das so vergleicht, ist, warum sollte dir ein Fremder einen Vorteil verschaffen, indem er dir diese Bildung gibt, weil er dann ja auch weniger von dir profitieren würde, wenn du es weißt. Und als Gründer der Beat Unit war das mein erster und oberster Ansatz ist, dass wir die Bildung unter uns Produzenten verbessern. Wir haben dann zum Beispiel großrangige Produzenten wie Jan van der Thorn, der einem zwölfjährigen Produzenten erzählt hat, was ist GEMA, was sind Masterrechte und was sind Nutzungsrechte. Und der zwölfjährige Produzent, der fand das so cool und der hat das allen seinen Homies erzählt und die wissen jetzt auch Bescheid. Und diese Bildung zwischen jung und alt, dass das Wissen weitergegeben wird, dass aus dem Erfahrungsschatz der letzten Jahre geschöpft wird und dass wir unsere Bildung als Produzenten einfach schon von früh auf mitbekommen können, das ist die große Chance für uns. Und das ist meine Zukunftsvision, ist ein 15-Jähriger, der sitzt jetzt bei einem Labelboss, der Labelboss, ja, geiler Sound, krass, richtig krass. Und dann sagt der 15-Jährige, ja, ich finde meinen Sound auch krass, aber wie sieht es jetzt aus mit den Masterwrites, unter 40% werde ich hier nichts unterschreiben. Und dann stelle ich mir so das Gesicht von dem Labelboss, der so, boah, krass. Und das, das finde ich geil. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns untereinander bilden und dass wir auch uns gegenseitig helfen und uns unterstützen. Und das beginnt halt auch damit, dass wir uns bilden. Ja, ey, nothing to add. Ich glaube, viele Menschen, die jetzt zugehört haben, haben sich vielleicht von diesem Interview ein bisschen was anderes erhofft. Ich mag tatsächlich deinen lösungsorientierten Ansatz, ja, wenn man die Opferrolle nicht so annimmt oder dann sagt, irgendwie, früher war alles besser, jetzt die Streaming-Plattform, dies, das. Ja. Sinan, danke für deine Zeit. Auch wir sind jetzt eigentlich ziemlich am Ende von unserer Folge wieder angekommen. Zum Abschluss noch für alle BerlinerInnen da draußen, die es nicht mitbekommen haben, die Berlinale läuft. Ja, erstmal wollte ich ja sagen, wir haben ja uns eigentlich auch überlegt, so zukünftig perspektivisch, für das Ende unserer Folge. Vielleicht auch, das gibt es nicht so oft, gute neue Releases vorzustellen. Zu den Veranstaltungstipps, die wir manchmal droppen, noch ein bisschen Musiktipps. Genau, also dass man entweder gute Veranstaltungstipps oder mal einen guten Musiktipp bekommt. Und ich würde sagen, jemand, der das zum Abschluss dann nicht in diese Empfehlung schaffen würde, das wäre Lillipama. Ich weiß nicht, wir haben in ihren neuen Track reingehört. Für mich persönlich, ich hate as God hate, da sind wir wieder. Klingt das so ein bisschen, als hätte da jemand innerlich noch nicht mit seinem Yoga-Retreat auf Bali abgeschlossen. Aber Lilli, wenn du das jetzt hier hörst, du musst loslassen. Ja, du musst loslassen, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine neue. So, du hast es eben schon gesagt. Du bist ein bitterböser Mensch. Warum? Bin ich nicht. Ich bin, was denn? Ja, wir wünschen euch allen da draußen eine wunderschöne Woche und hören uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feier bis ich kotze.